Ja, hallo, willkommen zurück, meine lieben Freunde, ein herzliches Moin Moin und guten Tag und guten Montag. So, ja, ich hab's denn doch mal gemacht, ich hab mir einen Spieler gekauft. So, ich mach mal ein bisschen wieder leise, es ging eigentlich ganz gut mit der Aufnahme, so. Ich hab mir einen Spieler gekauft, ich hab mir Hoi Ming Tsong, nein, Ming Tsong, wie heißt das hier? Hoi Ming Tsong, Tsong, auf jeden Fall der ehemalige Hamburger. Yeah, wo haben wir den denn? Mannschaftsverwaltung, so. Ich sag mal, Hoi Ming Tsong, da ist Son, Hoi Ming Tsong, genau, sie ist dann. Ehemaliger Hamburger, Leverkusener und jetzt spielt er, glaub ich, bei Tottenham? Möglich, ja. So. Ja, er war stark. Man hätte sich natürlich den nicht unbedingt weisen, man hätte sich auch nicht, aber seine Attribute waren hier sehr, sehr gut. So. Wow. Ist eng gewesen, das letzte Spiel, ne? So 2-0 und dann nicht mal so sicher, aber jetzt, mal gucken, was jetzt passiert. Nächste Begegnung, halt, mal schauen, spielen wir auch noch auswärts. Boah, das sieht ja auch gut aus, graues Auswärts-Trikot. So. Die Farben hab ich mir ausgesucht. Nein, ich hab jetzt mal kein Holstein-Keypulover an, T-Shirt an, nein, hab ich nicht. Man muss die Sachen auch mal waschen. Ich hör das immer, also, wenn ich das leise machen muss, ich glaub das gar nicht, wie leise es hier ist, ey. Ich hör hier gar nichts. Ich übertöne mich hier total. Also, das Spiel mal. Ups. Super toller Pass, das kann man so machen. Oh, schade, ich dachte, da kommt man. Oh, hallo. Emine Ball weg. So, siehzen. Oh, komm. Oh, ja, was für ein Taumanns, der Pass. Oh, was, ich bin ja nicht da, der muss sein. Alter, wie sie die alle abrallen, da. Die prallen mit noch, bing, bing, bing. Was bescheuert ist, Alter. Ich würde gegen die Wand laufen. Na, super, super, super. Noch freie Gienze, ey. Weg damit, egal wohin. Genau, ich hab' nicht vorgestellt. So. Weit weg, egal wohin. Weit weg, 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 weg. Oh. Komm, 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 komm. Oh, das ist lockt in den Goalkeeping, dann. Hey, 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 hey. Alter. Na gut. Gut, ja auch. Ach, komm schon. Kann man besser machen. Nein, nee, 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 nee. Oh, nee, 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 nee. Ich schäfe das nicht. Oh, man. Kann den Beige nicht einmal behaufen hier. Guck wie lange ich brauch den Einzelhören. Oh, komm schon. Nein, 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 nein. Oh! Geil wie bei der Torhüter rausrann. Schade, dass ich da den Ball nicht gekriegt habe. So, weiter Einwurf und dann direkt Kopfballtor. So stelle ich mir das gerade vor. Ja, aber auch nicht schlecht. Hier. Bach, komm schon. Och komm schon! Huijoui, huijoui! Also man hat daswright Gefühl, dass próprio Hyoming Song da irgendwie an Hilfegen Finger ist. Hallo? Komm schon, steck doch mal durch, alter. Stryker's Ball! Well read! Oh, das läuft nicht richtig, Juni. Ich hab doch gerade nebenbei, doch die Nachtbezug hier gerade. Ja, komm doch mal schön. Komm mal! Wie ist das mit dem Bars? Was ist das denn hier, ey? Das ist so lockerlich. Und das ist ein fantastisches Ziel. Vorher, die Kampse nicht ran. Die Kampse ist nicht rein. Die Kampse ist nicht rein in den Dicken, weißt du? Oh. Auf einmal leckt das. Damit ich ja nicht mal eine Möglichkeit habe, einen Ausgleich zu machen. Was denn, Alter? Diese Abseits... Ja, Mann. Ja, ist verloren. Alter, Leute! Geht ein bisschen unfair zu hier gerade. Oh. Das ist so lächerlich, ey. Das ist so lächerlich, ey. Ja. Ich finde nicht, denn. Hab ich doch schon mal gesagt, ne? Aber das war ja wohl ein lächerliches Spiel, Alter. Das ist also wirklich... Tja, das ist eben halt noch ein Handy-Game, ne? Das ist nicht so ganz so intelligent wie die anderen Spiele, so. Wie FIFA oder sowas. Ärger, ärger, ärger. Machen wir noch ein zweites Spiel. Die Zeit ist gerade mal bei sieben Minuten. Und jetzt haben wir gerade noch einen Cup. Zweite Runde. Einen Pokal. andoen könnenuje das Reise mit dem und gerade im Schlag zum Micke, bitte schmerz auf ihn. watchingula Virginia wird das ein Thema gehen, das wird es dann nach gewinnen und Eichstab proteggerätstQueken. Werden das liebten sie in dem Moment auch immer so. Geh doch ran, du Kack-Kollard! Alter, Mann. Das weiß ich nicht, ey. Oh Mann! Ja, dieses Spiel schon ganz zurück. Dein Abweid? Wahnsinn. Oh Mann, der sollte runterpassen. So habe ich mir das vorgestellt gerade. So habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das vorgestellt. Strikers Ball. Oh Mann! Und der Ball ist wieder. Well done. Good defence. Blum Ball, denn. Und das ist mit Ben für die Team. Und das Team swap possession, wieder. Agulia Ich bin gerade ziemlich ruhig hier gerade irgendwie, ne? Ich finde es super hier irgendwie, ne? Ich denke auch ein bisschen vergrämt. Weißt du so, vergrämt, verkramt, Christoph Kramer. Ich weiß es noch nicht. Ach, komm schon. Oh, du bist ja auch nicht. Ach, jetzt mal zusehen hier, das gibt es hier noch eine Verlängerung oder so. Scheiße, hab ich auch gar keinen. Nimm ihn doch mit dem Ball, alter. Ja, guck mal, anstatt dass er, der, der kann den auch nicht bewegen, wenn der Ball aufmiste rollen, aber der Gegner ist ganz. Was kriegt denn? Ich weiß nicht, Alter. Ey, das stimmt hier heute nicht. Ey, das stimmt nicht. Ey, das stimmt nicht. Ich schieße ihn gleich direkt ins Tor. Abseits so aufhört, ein bisschen abseits. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, was er sagt. Ich weiß nicht, was er sagt. Ja, ja, geh doch nicht ran, alter. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Für so viel Geld gekauft, aber... Das ist schon nichts in der Lage hier, ne? Wo habe ich den jetzt hin? Habe ich den da tatsächlich um hingeschossen? Ja, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Boah, ist das schnell, ey. Das macht alles alleine, ne? So. Wie hättest du in den Akkern können, ne? Ja, scheiße. Boah! Nächste Runde. Nächste Runde. Im Glode der K. Weißt das, weißt das, weißt das. Hähm. Hähm. Well, I think they've got the right of the match. He put in more than a hundred percent. Updates sind echt sehr anstrengend von Windows. So. Ja, bis dahin kann ich auch nichts machen, ne? So. Das war diese Super Special... Nein, die Super Special Mega-Folge. Ne? Mit zwei Spielen auf einmal. Möchtest du die Mannschaft mit Hilfe der Spieleentwicklung trainieren? Verbesser ihre Schussfähigkeit Fitness? Ja, das wollen wir immer machen. Und wir suchen's aus. Hähm. Mir ist ja zentral ein bisschen zu lahmarschig. Deswegen werde ich den einmal ganz kurz in Fitness mal ein bisschen unterrichten. So. Und das Ganze nochmal. Und... meinetwegen nochmal. Krieg ja keiner. Super toll. Krieg ich noch was? Ne, das war schon... Ja. Hat nicht viel gebracht. So, meine lieben Leute. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zwei-Folge-Special. Das passiert nicht oft. So. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal, meine ich. Und bis dahin. Ciao. Ciao.